Achso, ne, das sollte der schon so schaffen. Ähm, was gibt's denn in Venedig? Okay, Waffen sabotieren. Eine Liste einschmuggeln. Das kann sie hier mal übernehmen. Berichte abnehmen. Joa. Ähm, ja, auf, los geht's los. In Wien haben wir drei. Eine Drei-Sterne-Mission, sag ich mal. Hm. Ja, dann übernehmen die beiden die Mission mal. So, einfachere gibt's da eh nicht. Einen Spion verteidigen. Schafft er so. Auf, los geht's los. Paris. Oh ja, das war ja... Ein Herold bestechen. Das sollte der übernehmen können, jawohl. Einen Politiker eliminieren. Ja, gut, das bringt ihm jetzt... Naja, okay. Gut, dann hab ich alle erstmal wieder auf Missionen, sind dann in ein paar Minuten wieder verfügbar. So, und wo ich dann schon mal hier bin? Ups, ne, das wollte ich nicht. Nein, eigentlich auch kein Pferd rufen. Renovieren! Wollte ich den laden hier. Und dann direkt mal gucken. Was haben wir denn hier? Ah, da ist noch ein Maler. Da ist eine Bank. Oh, guck mal. Kann ich erst einmal dahin zum Beispiel gehen? Mir die Bank holen. Und gleichzeitig noch ein Assassinen-Anwärter. Ja, Il Papa, das klingt schon so edel. Ähm, 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 ähm. Nein, gar nicht edel. Ups, ja. Ein Pferd will ich auch haben. Kann nie schaden. Und dann will ich da gleich ein bisschen Geld abnehmen. Wenn ich da dann auch Geld habe. Das weiß ich natürlich gerade nicht. Oh, 14.000. Ja, das ist doch was. Risikofaktor sicher. Erwartete Gewinne 2300. Investieren wir einfach mal. So, das ist doch schön. Dann gibt es hier ein Pferdestall-Ding. Welchen wir uns natürlich auch direkt unter den Nagel reißen. Und ich glaube, da ist noch etwas. Oder? Irre ich mich dann? Ne, da ist noch was. Direkt da beim Arzt und bei dem... ...Steckbrief. Eine Kiste. Naja, okay. Ne, das ist es nicht. Da ist ein Schmied noch. Ein Schmied. Ach, Mann. Roms Einkommen weiter gesteigert. Irgendwann, oder schon sehr bald, werden wir wahrscheinlich 10.000... ...alle 20 Minuten bekommen und... ...wer weiß, wie hoch man das noch steigern kann, ne? Oh, nice. Huh, und den Rücken runter. Huh. Geil, ich liebe das. Danke, danke für den Applaus. Oh, wieder ein Pferd geholt. Die Befreiung Roms hat begonnen. Habt Dank für eure Hilfe. Aber sie werden mich aufspüren. Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Klar. Geht zur Gilde. Das passte nicht ganz da gerade, aber gut. Neues Assassinen-Gilde-Mitglied. So, da drüben gab's ja noch eines. Auf der anderen Seite praktisch. Oh, ho, ho. Scheiße. Egal. 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 Oh, wieder so ein total epischer Sprung. Gänsehaut pur. Und... ...ein Kunsthändler renovieren wir natürlich auch. So, und auf der anderen Seite ist auch noch was. Vergessen ist mein Warenlager unten am Harten von Rieper zu besuchen. Ich führe alle einst. Zeig ein bisschen Respekt, Idiota. Och, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, noch mal ein paar Kortisanen. Hätte ich hier ganz gerne. Schick, schick. So, jetzt muss ich aber mal kurz auf die Map gucken. Was es hier denn noch gab? Oh, ja, da unten ist noch so eine Geschichte. Ah, ich kann keine weiteren Assassinen anwerben. Da unten ist auf jeden Fall ein Kunsthaino und nach oben ein Stück ist ein... ...ein plötzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Ein plötzlicher Temperaturanstieg. Okay. Boah, 2.000 kostet das inzwischen schon. Na gut, okay. Jawoll, schon bald, schon fast auf 8.000. Das ist gut. Aber verdammt, ist da oben wieder, ne? Hm, ja, da. Den Arzt. Die Arzt. Arztpraktis. Praxis. Praxis. Meine Güte nochmal, das ist ja hier... Uiuiuiuiuiui. So, ich werde gleich nochmal eine kurze Pause machen. Jawoll, und den letzten von ihm übernehmen lassen. Sehr schön. So, ich bewege mich schon mal in Richtung nächste Hauptquest, wenn ich wüsste, wo die ist. Da unten ganz Okay, dann würde ich sagen Arbeiten wir hier oben uns erstmal durch Wurscheln wir uns hier mal durch Wenn es geht Ich versuche mal, wenn es geht, dorthin zu kommen Den Tunneleingang aufzubauen Habe ich hier so einen Shortcut Hups, falsche Richtung Und dann muss Okay, warum Warum will der jetzt die ganze Zeit so laufen? Warum rempelt der jetzt die ganze Zeit? Was soll denn das? Ich kann nicht mehr sprinten Och, knutscht mir doch alle mal die Eier Ja, ja Ist ja gut Hopp Was soll denn die Scheiße jetzt? Egal, das regle ich gleich Erstmal gehe ich jetzt hier zu dem Assassinenturm Wo ich nicht hoch muss Sondern einfach nur unten rein Und dann kann ich Ähm, interagieren Geht doch Ja, können wir alles überspringen Ich würde sagen Assassinen So, die kriegt einen weiteren auf Rüstung Der einen auf Waffen Und die kriegt einen auf Waffen So, und dann mal schauen, was ich noch für Aufträge habe Florenz gibt es wieder ein paar schöne Oh, hier Besitz stehlen Kann der mal übernehmen Informationen stehlen Was kommt danach? Vier Sterne Das dürfte Ja, das ist noch zu schwer Drei Sterne ist bisher so das Maximum aktuell Schießpulver vernichten 11 EP bringt ihm das Ne, das bringt ja ihm gar nichts Nein Jawohl Will ich eine Beichte abnehmen An einem Bankett teilnehmen Was ist damit? Oh, sehr schön Sollte sie hinbekommen Dann kriegt sie 74 EP dazu Das dürfte dann wieder ein Levelaufstieg sein Das sehr gut London Ein Herold bestechen Schwierigkeit Level 3 Gut Solltet ihr auch hinbekommen Kalikut Gejagt, okay Lissabon Einen Doktor eliminieren Exodus Okay Konstantinopel Ein Bankier eliminieren Das darf Der die hier noch übernehmen Und Dann bin ich hier fertig Hab zwar wieder mal keine Assassinen Aber Dafür Ja Nichts Nichts Oh, jetzt wieder War erfolgreich Egal Ich bewege mich weiter in Richtung Ziel Versuche da hinzukommen Wenn es geht gut Mal hin Damit ich da den Durchgang Hab Den Durchgang Erledige ich dann eben noch Und Danach Danach werde ich dann erst mal Eine kurze Pause machen So Zehn Minuten in etwa Ich werde allerdings das Spiel weiterlaufen lassen Dann sind die Aufträge gleich abgeschlossen Dann habe ich die wieder zur Verfügung Hat der beides hinbekommen Auch nicht schlecht Wie fühlt es sich an Wenn man vermutlich Nur noch wenige Augenblicke zu leben hat Tja, ja Kann das irgendwie belasten? Oh Schick, schick Den können wir aufrüsten Den kaufen wir natürlich auch gleich Den Kanal-Eingang hier Ja, und dann würde ich sagen Den haben wir Ich mag hier schon mal das nächste Ziel Dass ich auch gleich dran denke Ähm Ja, wir müssen ja da runter Also Können wir wahrscheinlich auch dort hin Das wird markiert Und Ja Dann würde ich sagen Ich mache jetzt mal ein kurzes Päuschen hier Wie ich es gesagt habe Ja Oh, was ist das da unten? Cool, da will ich gleich Da gucke ich gleich auch nochmal rein Ich würde sagen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann Bis gleich Ciao So Und da bin ich wieder zurück Ich habe gerade Ja Meine Pause beendet Meine aufgezwungene Pause Aber Schadet ja mal nicht Ne Oh, schön Dass man hier so elegant Runterspringen kann Ja Jedenfalls Oh, das Kolosseum Sehr schön Hätte ja so sein können Jedenfalls sind die Assassinen Mal sehen Mal sehen, was ich dann mache Das weiß ich noch nicht So weit habe ich noch nicht im Voraus gedacht Oh, das war knapp Okay Okay, hier bin ich Falsch Okay, ich habe da gerade irgendwas geklaut Und wir kommen Ja Ja